Hallo, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mario vs. Donkey Kong und wir haben heute wieder einen Gast dabei, nämlich Blurship383. Ich werde ihn hier als gelb. Nein, Entschuldigung, da ist ein Gast. Ja, ok, weiter geht's. Ähm, wir müssen doch erstmal den Schalt aktivieren. Nein, wir haben... Duken, duken, duken. Ja, ich darf nicht von der Feierkugel getroffen werden. Das sind keine Feierkugel, Feierkugeln sehen da noch aus. Ah, ja, nein, wir haben sie überlebt. Jetzt wird bestimmt gleich dieser blaue Boden weggehen. Hoch, 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 hoch. Nicht hoch? Es geht noch nicht. Jetzt, jetzt. Da ist doch vielleicht... Ah doch, geht doch vielleicht. Am ducken ducken. Warte, warte. Kann ich mich noch ans Angriff haben? So, drüber hier einstehen. Nein. Ja. Dann kannst du schnell nach oben gehen. Aber hier können wir doch gar nicht hin. Ja, aber nimm nur rein. Ja, warte. Ducken, 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 ducken. Nein! Ah, zu früh. Das ist mir auch passiert. Ja. Egal. Ja. Wir haben ja 15 Leben, das reicht erstmal. Jetzt sind alle diese, die jetzt denken, wir müssen jetzt auch davon in den Let's Play. Nein. Ich esse Fisch. Nein. Also tue ich schon, aber... Äh, ja... Nicht so oft. Ich... Ich... Ja, ich hab heute gut gegessen. Oh. Hat's geschmeckt? Ja. Es war voll warm. Also gedünstet. Ah, okay. Es hätte besser sein können. Es hätte besser sein können. Hätte. Gucken, gucken, gucken und jetzt auch genug bleiben. Nein, 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 nein. Oh. Nein! Darauf bist du wirklich dabei, du hast halt ja gehängt. Was? Ha, egal. Wir haben immer noch 15 Leben, wir verlieren nämlich kein Leben, weil wir immer wieder Leben einsammeln. Bin ich eigentlich dein erster Gast oder was? Nein. Nein. Ich darf... Ich leidereich verraten, wer René ist. Es... Man kann so sagen, es ist ein Freund von mir. Der Freund. Ja, der Freund der Freunde. Oh, yeah. Running, running, running. Ducken, ducken. Ducken, ducken, ducken. Jetzt haben wir nämlich mehr Zeit. Running, running, running. Run, 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 run. Okay, ich will... Ich will... Ich will aber eigentlich doch das Geschenk holen. Nein, da oben. Das ist doch rot. Rot. Nein, nein, nein. Na und? Zum Glück können sich die Pflanzen nicht umdrehen. Na, ich will das Ganze sagen, aber das sage ich jetzt nicht, weil es... Werbung ist. Werbung? Werbung? Ja, Werbung ist für meinen Kanal. Ja, und spoilern. Darf man nicht spoilern? Nein, nicht spoilern, sondern nur Werbung. Achso, ja. Oh, das ist ja cool, was über eine Pflanze ist cool. Jetzt können wir es holen. Ducken, ducken, ducken. Ich weiß, alle Geschenke sind wichtig, jeder die... Nein! Warum? Jeder hat mal einen schlechten Tag. Ja, und so jeden Tag. Ja. Ja, doch eigentlich schon. Ich habe heute erst in der Schule eine schlechte Note geschrieben. Gehst du noch in die Schule? Ja. Wir gehen in die gleiche Klasse. Ja. Wir sind Freunde. Wir teilen alles. Ja, außer unser Tausendpro. Und Toiletten. Ja. Jeder hat seine eigene. Wow! Spinnst du, du wärst fast von dem roten Punkt erwischt worden. Ja, dieser rote Punkt ist eine Bazille, weißt du? Ja, ich will dich anfratzen. Das passiert schon das zweite Mal. Na und? Und du lernst immer noch nichts daraus. Denn in einem Video hast du gesagt, ich lerne aus Tränen. Ja, na und? Ja, genau. Das ist doch auch nur ein Sprichwort. Du hättest dich auch nicht daran. Ja, ich habe es auch nicht gesagt. Ich kann das mit Absicht nicht mehr sagen. Ja, mit Absicht. Ja? Extra, dass du... Ja, das war jetzt mal hier der Hammer, Alter. Ja, ich bin aus Versehen drauf gekommen. Affe, Affe. Ich bin ein Affe! Egal. Wenn Mario und Donkey Kong ein Kind beklären, wie würde das heißen? Donkey Kong? Ähm, es würde so heißen wie, ähm, Mario und Donkey Kong. Also bestimmt irgendwas mit einem... Na, hey, hey, hey. Ey, du bist voll lustig. Ja, so lustig. Nein, meinst ernst. Du überhältst dir deine Zuschauer. Ja, ich bin aber nicht Chuck... Im Gegensatz zu mir, weil mein Mikro da kaputt ist. Ich bin aber nicht Chuck Knows. Ich kann nicht alles. Und... Ich habe es geschafft. Ich habe nur mit meinem... Du bist jetzt so und was. Nein, was machst du? Bist du noch ganz... Nein, was machst du? Du bist als jedes Geld. Jetzt so... Du, 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 du... Du! Du! Ich glaube bleiben. Jetzt rennen da runter, rennen da runter. Nein, was machst du? Oh, du bist Lebensmüde. Ja, ich weiß. Ich bin lebensmüde, ich bin lebensmüde, ich bin lebensmüde. Nein, andersherum. Sei jetzt hoch. Nein, ich kann auch hier hoch. Ja, stimmt, das ist meine Werte. Ich hab gesagt. Wer hat mal wieder recht? Ich. Nein, ich. Und ich merke, wir haben noch 5 Minuten. Und diesmal bekommen wir leider nur einen schwarzen Stern. Ha, diesmal zwei. Ich muss mal gucken, ob ich diesmal wieder... Da bin ich mal... Nein, da bin ich immer schlecht. Ja. Ich muss immer nur das Goldene behalten. Ja, manche Pampe. Manche Pampe, äh... Ja, hahaha. Nein, das ist ja andersrum. Warum hast du nicht auf A getrückt? Warum hab ich nicht auf den Finger gezickt, dass du auf A getrückt? Eigentlich ja der, das hast du. Hier ist ein Mario leider. Mini Mario! Ja, okay, hier sieht man das... Das ist voll einfach. Ich bin nur kurz zueinander gekommen, als ich mal gemacht habe. Juhu, Toads kommen. Ja, Toads? Ich hab immer gedacht, es gibt nur einen Toad und das ist der mit der roten Mütze. Ja, es gibt nur anfallen. Voll die Massen wachen. Ich hab mich aber übelst aufgelegt. Dass man, ähm, oben B drücken muss. Nein, nein, nein! Ich weiß. Und dann? Nein, jetzt doch nur, weil jetzt ist die eingesperrt. Ach, schade. Schade. Ja. Nach Sachen rennen und dann schnell das drauf springen. Weiter! Egal, manches sind eben eingesperrt, also... Ja, das sollte man auf einmal machen. Genau, was heißt der, der Safe-Operation. Ja, es... Hast du eigentlich einen richtigen Namen drinstehen? Ja, hab ich. Falls es jemand interessiert, es steht auf einem Kanal. Ja. Hab ich ihn laut zu sagen? Nein. Die Vollversion oder die Kleinversion? Die Kleinversion. Die Sting-Vollversion. Nein, die... Nein, die Vollversion, die... Die Vollversion kostenlos downloaden ist illegal alleine. Ja. Bei mir ist da so ein Minden mal nicht runtergefallen. Ich muss das Ganze von vorne machen. Ja, fällst? Jetzt muss man den B drücken. Jetzt kommt ihr hier nicht mehr raus. Ich bin voll brutal. Ich wusste, dass man nach B drücken muss, weil mir kam das irgendwie nicht. Ja. Ja. Weil die kommt... Wow, sie kommen aus der Kiste und geben uns ganz viele Punkte. Boah. Jetzt kommt der... Wie hältst die Leben? Da hab ich ein Leben verloren. Ja, Donkey Kong hat jetzt 4 Leben statt 3. Echt? Hat er da vorne? Aha. Jetzt hat... Nein. Obst. Ja, irgendwie spack der Kappe ab. Erzähl mal! Nein! Das ist so spät, der war... Der hat dir gesagt, dass du es jetzt machen sollst. Auf jeden Fall. Jetzt, jetzt, jetzt! Nein! So ein Cheater. Cheater? Ja. Irgendwie um mit deinem Cheater. Nein! Ey! Das ist doch abnormal. Der hackt. Der hackt! Du hackst auch. Nein! Tu ich gar nicht. Ich will so, wie es nicht geht. Das war's für ihr. Das war's für ihr. Ey! Komm schon! Hey! Das ist so ein Spiel! Ja! Wir haben ihn zwei neben abgezockt! Wow! Piranhas! Bang! Rüber drehen! Rüber drehen! Nein! Nein! Ja! Echt hast du ihn getroffen? Ja! Du bist ein Cheater! Nein! Ich cheate nicht! Nein! 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 Für Computer gibt es kein Cheats! Nur Moots! Also ja! Moots! Mit Moots! Na! Oh fuck! Du wurdest gekickt! Nein! Ich habe nur ein Leben! Genau das gleiche ist bei mir auch passiert! Du musst nur mit einem Leben! Ja und? Wir sind nicht... Wir können nicht alle so wie du sein! Ja und? Runtermachen! Ja! Komm schon! Ja, das war jetzt nicht falsch! Falsch! Ey! Ey! Ja! Das nennt man... So ein... Ey! Ey! Der kann... Der zieht meine Gedanken voraus! Der ist sowas wie... Was? Kannst du... Ja! Geschafft! Geschafft! Ja! Er ist auf den Arsch gefallen! Ja! Da ist er nicht der Einzige! Ja! Ich fall auch dauernd auf den Arsch! Juhu! Wir werfen ihn mit Bananen ab! Das soll die Explosion sein oder irgendwas! Nee! Meinst du ein Stachelkopf da! Nein! Das ist kein Stachelkopf! Verstehe! Und die Zeit ist langsam vorbei! Langsam! Ja langsam! Und wir kommen in die dritte Welt! Was soll ich auch sagen? Die letzte Video länger als dein letztes! Na und? Das tut... Ja! Weilung! Ich... Ja! Okay! Ich muss nämlich jetzt aufhören! Also bis zum nächsten Mal zu Let's Play Mario vs. Donkey Kong! Bei Fire Mountain! Tschüss!